Hallo, Deutsch, Oberstufe 4, Lektion 111. Heute beginnen wir wieder mit ein paar Redewendungen, um wie ein Muttersprachler sprechen zu können. Also, wunumichurom, mal hau go shibcho. Jumion, yorukachi, sok tamina, kwan yongu, dashi, popshira. In diesem Video beginnen wir mit am Stück. Alles auf einmal, alles auf einmal, go cho, also hanmulgon. Ohne Unterbrechungen oder Pause, die Unterbrechung, pausa, hushik do anha gu. Zum Beispiel, heute habe ich 8 Stunden am Stück Unterricht gehabt. Also, 8 Stunden, yorukachi, hushik opshi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden, kut kachi, sok hitcho. Nummer 2, ich bewundere Läufer, wow, debak, isaram ya, tinta debak, das ist bewundern. Die ohne Pause 40 Kilometer am Stück laufen können. Hushik opshi, maratoni cho, 40 Kilometer, hanmulro, iroke, laufen. Butta, anige chigucho, chigumun, running ya ge chigucho, iroke, halsu nusram, debak ya. Und Nummer 3, lies jetzt bitte den Text am Stück. E-Text, also e-muntang, e-kisa-dung-dung. Danach schauen wir uns dann die einzelnen Ausdrücke und Wörter an. Kuhu, 우리가 같이 각각의 표현은 단어 봅시다. Zum Schluss noch, Frau Tanaka singt beim Karaoke immer try leader am Stück. 노래방 갈 때, Tanaka 씨는 항상 세 곡이죠? Leader try, 그죠? Erstest lead, zweitest lead, drittest lead. One of Pause singin' ha geti, 그죠? 노래방은, 안타깝게도 독일에서는 일본어 가라오게로 나옵니다. 어차피 가라오게 많이 없죠, 그죠? 그래서 일본, 아니면 중국, 아니면 한국집 가실 때는 이런 바이나 식당에서 가라오게 볼 수도 있고 진짜 노래방은 적어도 나는 독일에서 본 적이 없어요. 혹시나, 그죠? 한국인이 많이 계시면 Frankfurt이나, Hamburg이나 여기는 어딘가 있겠죠? Aber normalerweise machen wir das in Deutschland nicht. am Stück Paro, Shibke, Sulze, Sonika Wenn ihr Lust habt, macht mal gleich ein paar eigene Beispiele mit am Stück. Was habt ihr denn am Stück gemacht? Oder was könnt ihr denn am Stück machen? Hamon, Senkake, Poseo Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss, tschüss. from herein from herein who